hallo und herzlich willkommen zum landwirtschaft simulator 17 auf der guten alten stadtmach wieder mit dabei unser bauernlümel hello hello und leider immer noch ohne unseren längser grüße gehen raus an dich ja und gute besserung ja naja wenn ich glaube das sieht dann ist es schon lange wiederum die folge kommt er dann am freitag aus richtig richtig am freitag kommt sie davor kommen ja noch zwei andere interessante folgen denke ich mal gott jetzt habe ich ein frosch im hals ist ja ätzend ja so ein ganz so so ein ganz komischen frosch im hals ja das war wirklich fast food so geschickt vom scheißerle was ohne anzergut als franzosen lorch genau wie sie gehen raus anzergut und dann scheißerle und anscheinend und an intime insgesamt und andere und an natürlich alle zuschauer die das hier sehen so jetzt haben wir alle gegrüßt glaube ich jetzt können wir mit der arbeit richtig anfangen ich bin auch geil ich war hier gerade runter aber ich hätte vielleicht mal den das ding hier senken sollen total geil ja total geil ich war hier lang aber ja das war gerade sehr schlau von mir na gut machen wir es noch mal ist ja kein problem wir haben ja zeit machst du machen muss das doch gerne nah wie komme ich denn jetzt ich muss der umschalten natürlich ich idiot gewichts senken nein das wollen wir machen anschalten wollen wir jetzt aber ich werde soja wurden auf die 91 machen ok wenn die gerade gut geld oder wie nee das brauchen wir zur schweine vor herstellung ich gucke noch mal kurz was man da brauchen so aber warte mal wie waren das komme ich jetzt nicht mehr anders auf das farmer tablet drauf das ist jetzt eine hervorragende frage ich habe übrigens netten kommentar gehabt unter der einen folge von dem reggel ich hoffe ich spreche das richtig aus ich weiß ich kann nicht genau zugeordnet wer es ist aber er muss uns kennen also ok ja wie sagt er sagte es macht richtig spaß uns zuzusehen und ja er hätte richtig bock mal mit zu machen ok aber das habe ich ja nicht zu entscheiden das ist ja dein projekt wenn dann überhaupt ist es da deine entscheidung ja schauen wir mal da schreibt er unter jedes video drunter bei mir hat auch drunter geschieht das ist total zum feiern ist und das ist der community habe dass du was hast mit der community habe ich nicht ganz verstehe herzen der community ach so ja na das ist immer noch richtig guter kommentar so ist es zeigt sie mir hier an dass wir nicht im lager haben was im lager dass wir nicht keine kein lager haben und so sie los die lof 1 da ist nichts drin sind die eventuell voll dass das dann aber wäre ach silo ruf zwei da haben wir noch 6821 schweizen bruder das tun wir dann damit ein bisschen aufstocken ok und unsere schweine werden nicht angezeigt na nicht dass die schon wieder verreckt sind wie wir alles da aber weiß der heuer und bettina die waren ja auch mal zwischendurch einfach nicht mehr da wir haben keine schafe mehr schweine mehr das gibt es doch gar nicht wenn du wenn die vorhin da waren was ist ja gescheckt gab ich war drin es ist hat auf jeden fall gekunzt und es war wasser drin es war alles noch da jetzt sind sie weg natürlich wieder kein schnitzel als muss ich doch mal ich muss schmal dahin gucken mach das ich bin gleich fertig mit dem feld hier mit der 91 87 schuldigung kann ja nicht sein aber das wäre schon das zweite mal ne erst schafe und dann schweine das wäre echt ein bisschen doof hier steht wir haben vier stück also zeigt er einfach nicht alle an da muss man direkt hingehen na gott sei dank wir machen trotzdem soja boden und du kannst hinten dann drei raps machen ich bin gleich durch muss noch einmal kurz hochfahren machen wir auf die 93 raps du bist du kümmerst dich um die 90 und die 91 oder wie ja genau und ich dann schon mal zu 93 genau gut das kriegen wir hin so das feld ist fertig wir dürfen nur dann nicht vergessen die 90 noch zu düngen und die 91 aber auch das wird kein problem werden sei denn wir machen eins draus ja dafür sind wir spezialisten auf jeden fall so ich mach mir jetzt auf das socken zu der 93 und da wolltest du soja drauf haben ne äh ne auf die 93 kommt raps ach hier stehen noch die ganzen maschinen was ist denn hier los mach Gerste drauf gut mach Gerste drauf ja ähm ja doch nicht rängeln da stehen noch die maschinen im weg ich fahr erstmal drauf und muss erstmal die Dingsbums wechseln so ähm wie war denn das wie kann ich denn jetzt ach Saat wählen da ist es ja hab ich jetzt Gerste ja jetzt hab ich Gerste Raps das ist das mit dem langen herrschen ja ich sehe es ja auch eingeblendet ach so ja weizen Gerste ach so ja haha ja da 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 hello oh man ähm sag mal wo soll ich denn die beiden maschinen hier hin fahren die die ähm erdemaschinen hier stellst du drüben zwischen die bürgen auf der anderen straßenseite brauchen wir eh bald wieder alles klar ja kannst du natürlich auch vorne bei den Wagen hinstellen aber ja wenn wir sie eh hier brauchen dann parke ich sie dort dazwischen auf der ja wir brauchen die auf der ganzen Länge hier ist egal ja gut dann fahre ich sie zu dem Parkplatz hin wo unser Anderkrempel steht eigentlich müssten wir auch noch guck doch mal was Gras macht wenn du eh eh mal da vorne bist was für ein Gras wo soll ich denn das gucken da wo der Grashänger und äh das Mähwerk steht die 85 und die 89 das ist ja Gras äh ja warte ja dass wir eventuell nochmal Gras machen bevor wir hier einen Winter einläuten äh warte jawohl ne Quatsch wir haben ja noch Gras wir haben ja den großen Grashaufen Haufen hat er gesagt ahja äh gut ja wir haben doch den Grashaufen ich hab doch wir haben doch Gras abgeschütteter längser nicht achso ok weil mir leckt es ja du bist du bist ja der Host vielleicht liegt es ja darin also mir läuft es einwandfrei durch also kein Problem hm läuft einwandfrei so rumparken Deluxe so ähm kurz gucken Gerste hat er bei mir das ist ja in Ordnung ne Gerste war ja gut ja ja dann wollen wir mal halt das leckt schon wieder ich krieg's ganz hart haha also momentan stehst du da jetzt jetzt fährst du ähm ja aber es leckt übel so senken im meter oah ach ähm halbe kurven rum es war oben dann bei dir im auto dritten du fliegst halt aus deswegen das übel das ist richtig übel so läuft doch wieder so wie war dein wochenende so tosten was habe ich gestern gemacht ich habe gestern vorproduziert weil jetzt ab kommender woche halte geht mir mir jetzt lernen jetzt sage ich mal richtig los alles andere war bis jetzt vorgeplänkel sage ich mal ja und ja jetzt geht es halt richtig los so langsam nächste die die erste klausur steht dann auch bald an ja 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 und ja und dann ging dem kam deliverance steht ja auch an am 13 ja machst du das auch ja ich mache ja ich mache das auch ja ich habe mir auch überlegt ob ich privat mache oder let's play aber naja da sowieso momentan bei mir mittelerde ausgelaufen ist mehr oder weniger das sind jetzt nur noch die schattenkriege und das ist das zieht sich ist immer dasselbe ich glaube zehn zwanzig mal die burg da verteidigen und so weiter bis du das ja ich sag jetzt mal das geheime ende dann siehst ich denke mal das braucht sich keiner großartig angucken wie man da zwanzig mal die burg verteidigt das werde ich nur noch ein part machen wenn instanz an dann an das ende da direkt geht brauchte ich halt ein neues projekt gott was für ein langes gelabere gerade punkt gekommen bist also ja sorry war gerade ein bisschen ausschweifend informationen die raus müssen so sieht es aus ich habe mich heute ich habe auch mal die entwickler kontaktiert von kingdom kam weil ich weiß ja nicht ob man einfach so den trailer dann nutzen kann weißt du und deswegen lieber erst mal absichern wo man da irgendwas macht aber ich denke schon guck mal heutzutage machen sich so wenig leute eine platte darüber machen sollte einfach aber wenn dann kann es teuer werden wenn man sich nicht an gewisse dinge hält ja ob wir das fällt jetzt fertig kriegen ich weiß ja nicht gut hier oben wenn es nach oben geht da muss aber auch kämpfen bei mir ich mache jetzt hier mal wirklich ein vorgewendet weil das geht mir auf den sack jetzt hier einmal lang ziehen wo wenn ich mir das feld 95 und 97 angucke von den ausmaßen herner holler die wald wenn wir das jemals kaufen sollten das sind dann die nächsten wer soll denn das alles bestellen naja da sind wir ja drei jahre beschäftigt naja dauerprojekt dauerprojekt bergab geht es schön 20 kammer aber hochquillt er sich echt zumal ist das jetzt schon der stärkste trecker den man in dem spiel haben kann oder gibt es da noch ein noch ein das sind oder neun oder jeder dann mit dem tausender weiter und es gibt noch höhere also das auch mal in shop reingucken also das sind wir sind jetzt noch relativ weit unten mit faktoren jetzt habe ich das jetzt habe ich vor lauter reden doch glatt das vorgewende nicht ganz fertig gemacht war schon wieder hoch lass mich voll ablenken so quäl quäl also ich muss mal gucken ob ich meins fertig krieg aber meins wird knapp also ich glaube nicht dass wir es in den nächsten fünf sechs minuten durch haben hier naja das macht ja nicht denn ich müsste ja eh ich muss ja die felder hier noch dünnen ich weiß nicht ob ich das dann fix zwischen der aufnahme macht so jetzt aber wieder bergab wird das was bei dir da ja ja alles gut alles im griff läuft 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 kriegst du das dann hin mit dem düngen da alleine oder ja das wie gesagt das dauert wirklich nicht lange und hast du jetzt hast du jetzt vor öfter von der ps4 zu streamen oder auf jeden fall weißt du so schön chillig auf der couch sitzen und es ist auf jeden fall sehr angenehm muss ich sagen ja den chat hast du schön große fernseher mit raum ja dann warum nicht ne ja gute qualität und jetzt dann sowieso automatisch bei youtube hochladen das ist dann natürlich äußerst praktisch einstellen dass das alle 15 minuten im cut macht und das ist richtig gut ja aber ich hab letztens auch zwei stunden stream gemacht ich hab den nicht so gelassen ja ganz ehrlich ich hab meinen von letzter woche auch nicht gecuttet der ist komplett oben also bei twitch zumindest ja bei twitch kannst du ja auch sagen hier schickt das video zu youtube rüber aber macht 15 minuten folgen die 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 funktionen ganz ehrlich habe ich bisher noch nicht gefunden ähm die ist da aber bei mir hat sie nicht richtig funktioniert ok ich hab das aber schon mal gemacht und zwar bei animalica hat das wirklich alle 15 minuten einen cut gemacht und hat das auch so fertig auf youtube hochgeladen doch auf youtube hochgeladen mhm hat super funktioniert ja warum nicht ne dann spart man sich ein bisschen arbeit ja boah zwei drei bahn noch dann bin ich fertig und dann machen wir dann auch einen cut aber ich mach das schnell noch fertig oh du musst ja die folgen auch gleich rendern damit die morgen dann ohne probleme hochkommen ja ich meine nachher auch noch rendern und hochladen ja so einmal rum hier ja ich bin aber auch es dauert auch bei mir nicht mehr allzu lange ja naja du hast ja noch mehr arbeitsbreite glaube ja aber läuft 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 vor allem werde ich mir dann erstmal was zu essen machen weil so langsam ein knot in der magen ja und ich habe heute morgen sogar brot da gehabt ja 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 du hattest brot ja ich hatte brot naja doch leckeres karottenbrot ok ich hatte mal karotten semmeln gegessen die waren übelst lecker ja ich wollte mir ja eigentlich sonnenblumen gedöns holen aber das hatten sie leider nicht da deswegen brauchte ich eine alternative und da hat sich karotten angeboten gibt aber auch karottenkuchen ja das kenn ich ist auch lecker lecker oder zurinikuchen ist auch lecker habe ich noch nie gegessen sowas aber jetzt bringst du mich auf eine idee verdammt jetzt muss ich mir morgen kuchen kaufen scheiße selber machen alter selber machen ja backen ist so eine sache bei mir äh dann großzügig austesten alles mit der neuen küche viel spaß sage ich dabei ja und danke äh 22 ja ja warte 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 weiß ich wollte nur schnell das feldferde machen ja wenn du noch fünf minuten dran hängst dann schaffe ich mein feld auch na dann machen wir das so gut da wird es die sehmaschine in hof dann wird es eine etwas längere folge aber ja ich kaufe dann fix noch die düngemaschine ja dann kann man das ja hier hinstellen und dann geht ja die zeit wird ja angehalten oder wenn man den server abschaltet dann sind wir ja vielleicht beim nächsten mal wieder zu dritt vielleicht schon und dann warte du siehst doch noch oder ja klar sehe ich noch ja siehst du wir hatten doch vorhin den doppelten osti ja jetzt haben wir einen doppelten bauernlümel oh nicht schlecht nicht länger du gehst irgendwie rein hier ja das wird sein ich muss vielleicht noch naja vier bahnen also dreieinhalb noch ziehen dann bin ich hier durch naja mach das mal ich kümmere mich mit der zeit um die düngemaschine genau kümmere dich mal um den doppelten bauernlümel jetzt Willi so komm rüber ich hab nicht einen Frosch im Hals aber das ist immer übelst wenn du dann moderieren sollst oder machst besser gesagt dann äh und dann sowas kommt mit meiner Aufnahme das ist echt immer übel ich hab übrigens nur noch 47% Gerste drin und 32% Dünger ok also für das Feld wird es auf jeden Fall noch reichen wir haben hier noch einen Pflug stehen den brauchen wir nicht mehr den würde ich bei Gelegenheit mal noch verkaufen ja du Chef aber es zum Händler schaffen ja 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 du Chef äh du machen ich bin nur Lehrling und ich stell uns jetzt endlich mal einen Kärscher auf den Hof dass wir unsere Trakoren mal abkärschern können genau dann füllen wir mal einen Putztag ein aber wohin that's the question kann man seinen Hof da nicht irgendwie vergrößern mit Platz oder sowas geht sowas nicht mit was dass man da irgendwie mehr Platz schafft irgendwie ja nicht wirklich stellt ihn jetzt hier neben der Tanke ja parken wir sie alle voll da nicht dass wir da Strafzettel oder so bekommen oder äh Zwangs äh abgeschleppt werden warte mal warte mal ah es waren das jetzt hier schon eine Taste so gleich sind wir durch so ich kehre schon mal hier Alter was hast du denn ah nix abkärschern das hört sich irgendwie verkehrt an was abkärschern mhm warum hört sich das verkehrt an das hört sich irgendwie nicht richtig an keine Ahnung ich wasche meinen Traktor das hört sich besser an nackt das hört sich wiederum nicht gut an haha ich muss nur eine einmal hochfahren dann bin ich ja durch so lo 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 an längst auch seine sauerei des Der hat hier Wartung nötig in 23,6 Motorstunden oder 18 Tagen. Na ja, da ist er noch Ewigkeiten hin. Richtig, der kann noch ackern. So, mein Feld ist durch. Fertig. Passt. Finish. Wo soll ich das abstellen? Warte mal, ich muss mal kurz. Das ist jetzt ein Längser. Nee, du hast ein Längser sein, gell? Ja. Bisschen Ordnung schaffen hier. Die Sehmaschine kannst du wieder hier reinstellen. Auf dem Hof, bitte. Ich hab's befürchtet. Ich mach dir ein bisschen Platz. Ja, bin ich nur unterwegs. Das Ding schafft über 60 kmh. Sehr geil. Das geht voran, mein Freund. So, wir machen heute ein bisschen Überlänge her. Nicht wundern. So, bremsen. Dünge, 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 Dünge-Streuer. Ich kann ja auch eh mieten. Wir müssen ja keinen kaufen. Naja, aber wenn wir es immer wieder brauchen, ähm... Ach, das kostet 28.000. Ah, ja, dann gut. Dann wär's vielleicht schlauer, diesmal einmal zu mieten. Und dann, wenn wir, äh, genug Kohle haben, es dann zu kaufen. Wär vielleicht dann doch nur mal schlauer, weil... 73.000 ist ein bisschen, ähm... Ja. Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Ah, hier. Äh, wo soll ich denn denn parken? Äh, warte. Äh, naja, äh... Hier reinkommen und... Ich hab extra Platz für dich gelassen. Hier reinschieben wieder. Hier rein. Ja, ja. Ähm, vorwärts, rückwärts? Komplett oder was? Oder nur den Hänger rein? Rückwärts. Aber mach bitte sauber vorher noch. Mach Platz hier. Hier steht der Kerl schon, im Übrigen. Äh, okay. Ups. Fahr nochmal wix zum Händler. Du machst das bestimmt noch sauber, oder? Ja, ja, ich mach nur sauber. Kurz. Machen wir halt mal richtig schöne, krasse Überlänge jetzt, da. Äh... Alles noch ein bisschen fürs nächste Mal vorbereiten. Gott, ist das laut. Ist das laut. Ähm... Also richtig sauber. Das ist dauert ein Stück. Du musst ein bisschen hin und her wackeln und so. Guck dir längst noch seinen Traktor an. Den hab ich gerade sauber gemacht. Der steht da. Ja, warte, ich guck mir mal. Ja, da brauchst du ja ernst. Aber da musst du auch ein bisschen ordentlich machen hier, also... Ja, nix mit Lachri-Fahri. Putztag. Das sieht schon fast wieder gut aus. Der Trecker zumindest. Da wird sich der längst sauber freuen, wenn er einen sauberen Trecker hat. Na aber, hör mal. Ach, wie praktisch. Du brauchst nur an einer Seite zu sprühen und der Rest, äh, macht da automatisch mit. Ja, ja. Das, äh, komplett. Das ist... Das ist doch nicht schlecht. Ich finde eigentlich ziemlich nice. Hopp. Du übernimmst die Sätze, äh, nur, oder na... Düngelstreuer werden... Äh, 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 Mineraldinger. Ähm, ähm. Wollen wir mal nachgucken? So. Na, das blinkt und blitzert doch. Glitzert wie, äh, frisch aus der Fabrik, das Teil. Sehr geil. Sehr geil. Farrisch, gell? Sieht echt nice aus. So, und wieder rennen und jetzt rückwärts ran. Yay. Hörst du meine Begeisterung? Ist doch schon drin, ne? Noch nicht, noch nicht. Ich arbeite gerade ran. Ich bin hier nicht mit zu viel Speed ran. Lieber peu à peu. Also, Dünger geht echt immer viel rein in die Dünger. Können wir da nicht ein bisschen was auf Vorrat kaufen irgendwo? Doch, kannst du... Wir könnten ja... Wenn die Ballen irgendwann mal von dem Hänger runter sind... Können wir die auf dem Anhänger drauf tun. So. Na, hab ich den nicht gut eingeparkt? Das ist doch geil. Ich guck's lieber nicht hin. Nee, jetzt ohne Scheiß. Ich hab den fast gut reinbekommen. Den Umständen entsprechen gar nicht mal schlecht. So. Dann werde ich jetzt mal ordnungsgemäß... ...den Traktor hier parken. Von gutem Langsau. So, ich komm auch gleich. Ich muss noch schnell eine Ballette hier hineinschütten. Jo. So. Ordnungsgemäß geparkt. So wie sie es gehört. Und kein einzigen Kratzer dran. Das ist doch mal was. Ordnungsgemäß, ich geh gleich mal mit dem Schlüssel einer lang. Dann wird der aber unruhig werden. Sag mal, wie blendet man oben diese Steuerungsoptionen nochmal aus? F1. Sehr gut. Bisschen mal Übersicht hier. Alter, jetzt. Was denn? Nee. Was denn? Oh, ich hab mich gerade ein bisschen verkreckt. Aber das liegt daran, dass es bei mir schon wieder leckt. Verdammt. Und ich komm hier nicht raus. Ich häng jetzt hier... Nee, nee, ich komm jetzt hier. Ja, nee. Ich hab zu nah hier geparkt. Ich komm hier nicht weg von dem Hänger. Ich hab zu nah am Hänger geparkt. Ja, ich kam nicht raus. Jetzt aber, glaube ich. Na, jetzt. Na, jetzt geht's. Gott. Oh, ich bin auch nicht wieder am Zaun hängen geblieben. Noo. Du machst es ja normalerweise, ne? Gilt's ja, zwei Meter Abstand zur Straße darf ein Zaun gebaut werden. Da kommt der Hand, der rollt. Boah, diesmal ist aber eine krasse Überlänge. Ui. Geil, ne? Guck dir, mein Düngelstreuer an, Klaus. Ja, scharf. Nicht schlecht. So. So. Da. Übelst zur Überlänge. Hätten wir eigentlich zwei Folgen draus machen können. Ja. Aber wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch bei dir. Jo. Und wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Däumchen da. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Bis dahin. Macht's gut. Euer Baunlümel und euer Osti. Ciao. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020